Musik Im Sommer steigt die Gefahr von Insektenstichen. Gerade im Freien kann es sein, dass ungebetene Gäste wie Bienen oder Wespen am Frühstückstisch vorbeischauen. Süße Getränke wie Saft oder Sirup laden Sie dazu ein, einfach mitzunaschen. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon krabbelt ein Insekt in eine Dose. Deshalb unser Tipp, bitte nicht direkt aus der Dose trinken, sondern gleich in ein Glas umfüllen. Wenn Lara jetzt aus der Dose trinkt und die Wespe schluckt, dann kommt, was kommen muss. Die Wespe sticht zu. In Selbstverteidigung. Bei einem Insektenstich im Bereich der Atemwege muss auf jeden Fall sofort die Rettung gerufen werden. Eine Schwellung ist aber ganz normal und heißt noch lange nicht, dass es eine allergische Reaktion darauf ist. Wichtig ist im Weiteren mit einem Coolpad oder durch das Lutschen von Eiswürfeln oder Eis die Schwellung ein bisschen im Schach zu halten. Bei einer allergischen Reaktion würden auch noch Hautrötung und ein Kribbeln im Mund dazukommen. Auch da gilt natürlich sofort die Rettung rufen. Aber ganz egal, auf jeden Fall Ruhe bewahren und kühlen. Und wichtig, wenn es schon Dosen sein müssen, dann auf jeden Fall überprüfen, ob auch wirklich nur das drinnen ist, was auch drinnen sein soll. Vor allem, wenn die Dose eine Zeit lang unbeaufsichtigt gestanden ist.